Nachdenkseiten Die kritische Website Was sagt der Kanzler zur fragwürdigen Wahlkampfspende von Kampakt für die Grünen in Brandenburg? Von Florian Warwick Die Kampagnenorganisation Kampakt hatte sich in den Thüringer Landtagswahlkampf mit Wahlaufrufen und einer Spende in sechsstelliger Höhe zugunsten der Grünen eingemischt. Das hatte zahlreiche Fragen nach der Rechtmäßigkeit aufgeworfen. Jetzt wiederholt sich das Ganze in Brandenburg. Erneut profitieren hauptsächlich die Grünen von entsprechenden Wahlaufrufen und Spenden in Höhe von 186.000 Euro. Die Nachdenkseiten wollten wissen, wie der Kanzler es bewertet, dass das grünengeführte Familienministerium die Kampakt-Tochtergesellschaft HateAid mit über zwei Millionen Euro finanziert und Kampakt im Gegenzug den Wahlkampf der Partei unterstützt. Wir hatten ja letzte Woche schon die Kausa Kampakt und Wahlkampfunterstützung für die Grünen im Kontext des Landtagswahlkampfs in Thüringen. Jetzt bekannt geworden, dass Kampakt ebenfalls in den brandenburgischen Landtagswahlkampf eingegriffen hat. Ebenfalls mit einer Spende in sechsstelliger Höhe, genauer gesagt 186.000 plus entsprechende Wahlaufrufe. Und Hauptprofiteur erneut sind die Grünen. Die mit Abstand größte Summe 75.000 Euro erhält die Grüne Marie Schäfer für ihren Wahlkampf um ein Direktmandat in Potsdam. Da würde mich interessieren, Herr Büchner, wie bewertet denn der Kanzler ist, dass ein grüngeführtes Ministerium, also das Familienministerium einer Tochtergesellschaft von Kampakt über zwei Millionen Euro seit 2021 zukommen lassen und Kampakt im Gegenzug einen Wahlkampfaufruf und relevante Wahlkampfspenden in sechsstelliger Höhe genau an die Partei tätigt, die dem Ministerium vorsteht. Und das auch noch zu Lasten der SPD-Kandidatin in dem Wahlkreis in Potsdam. Wie liegt da keine Bewertung vor? Ja, aber wie bewertet der Kanzler ist denn grundsätzlich, wenn ein Ministerium einen Verein fördert, der im Gegenzug Wahlkampfspenden und Wahlaufrufe für eine spezifische Partei tätigt? Dazu muss der Kanzler ja eine Haltung haben. Auch dazu liegt mir keine Bewertung vor. Gut, dann... Der Brandenburgischen Grünen für den diesjährigen Kommunal-, EU- und Landtagswahlkampf zusammen umfasste 675.000 Euro. Auch in Brandenburg liegt der Schwerpunkt erneut auf der Wahlkampfunterstützung für die Grünen, also jene Partei, die das Ministerium leitet, welches seit 2021 der Kampakt-Tochtergesellschaft HateAid über zwei Millionen Euro hat zukommen lassen. Kampakt will in Potsdam Grünen zum einzigen Direktmandat verhelfen. Auf einer Pressekonferenz am 13. Unter anderem 61.000 Postwurfsendungen mit Wahlwerbung für die Grünen-Politikerin. Die Märkische Allgemeinde schrieb hierzu, Der Verein Kampakt, der bundesweit nach eigenen Angaben drei Millionen Unterstützer hat und sich für progressive Politik und die Verteidigung der Demokratie einsetzt, pumpt insbesondere in den Wahlkampf der Potsdamer Grünen-Politikerin Marie Schäfer Spendengeld. Zitat Ende. Die Wahlkampfunterstützung durch Kampakt für die Grünen-Politikerin kommt aber selbst beim Koalitionspartner SPD nicht gut an. Schäfers SPD-Wahlkreis-Konkurrentin, die Wissenschaftsministerin Manja Schüle, kommentierte die Wahlkampffspende so. Natürlich hätte ich auch gerne Großspenden von westdeutschen Kampagnenplattformen oder bezahlte Postwurfsendungen. Ich bin aber sicher, dass die Unterstützung der Menschen vor Ort wichtiger ist als viele 10.000 Euro. Das direkte Gespräch bringt mehr als noch so aufwendige Online-Kampagnen. Kampakt als Spendenwaschmaschine? Im Parteien-Spendenbericht des Bundestages für den Monat August findet sich neben den üblichen Großspenden aus der Wirtschaft und reichen Privatpersonen, die vornehmlich für die Unionsparteien und die FDP den Geldsäckel öffneten, noch die Kampagnenplattform Kampakt. Diese hat alleine im August 161.300 Euro den Grünen zukommen lassen, dazu noch eine fünfstellige Summe an die Linkspartei. Gut 56.000 Euro. Das geschah, obwohl sich Kampakt in seiner Satzung als parteipolitisch neutral bezeichnet, auch wenn 2023 eine Satzungsänderung vorgenommen wurde, die den Passus um das Schlüsselwort grundsätzlich ergänzte. Hieß es zuvor bis zum 16. November 2023, der Verein ist parteipolitisch neutral, er verfolgt keine Zwecke im Sinne der Förderung politischer Parteien und deren Programme, wurde dies am 17. November 2023 wie folgt ergänzt. Der Verein ist grundsätzlich parteipolitisch neutral. Zur Zweckverfolgung ist eine punktuelle Zusammenarbeit mit sowie eine zeitlich befristete Unterstützung von politischen Parteien, die zum demokratischen Spektrum zählen, sowie ihren Kandidatinnen nicht ausgeschlossen. Der Vorstand entscheidet darüber im Einzelfall. Diese Spenden sowie die Wahlaufrufe sind aus mehreren Gründen fragwürdig. Zum einen, darauf hat Jens Berger bereits in einem verlinkten Artikel hingewiesen, können über den Umweg von Kampakt und deren Tochtergesellschaften die Gesetze zur Parteienfinanzierung hintergangen werden, denn gemäß § 25 Absatz 2 des Parteiengesetzes sind unter anderem folgende Spenden verboten. Zitat Zitat Ende Gleiches gilt für das Verbot von Parteispenden aus dem Nicht-EU-Ausland. Kampakt wird unter anderem von der Open Society Foundation, George Soros und der European Climate Foundation maßgeblich unterstützt. Soros Stiftung hat ihren Hauptsitz in den USA. Wollte diese zum Beispiel den Grünen direkt Geld spenden, wäre dies nach aktuellem Gesetzestand illegal. Wenn sie jedoch der gemeinnützigen Kampaktstiftung Geld spendet, die das Geld an den nicht-gemeinnützigen Kampaktverein weiterleitet und der es dann den Grünen spendet, wäre die Spende zumindest formal rechtens. Zum anderen ist aber mindestens ebenso fragwürdig, dass Kampakt via der Tochterfirma HateAid seit Jahren mit siebenstelligen Summen aus dem Fördertopf von Demokratie-Leben versorgt wird. Den meisten Nachdenkseitenlesern ist dieses Programm des Familienministeriums wohl bekannt, da es unter anderem auch das umstrittene Diffamierungs- und Überwachungsprojekt Gegneranalyse der grün-nahen Denkfabrik Liberale Moderne Liebmod finanzierte. Rund 2,2 Millionen Euro hat HateAid seit 2021 aus dem Grünen-geführten Familienministerium erhalten. Einen Finanzierungsrahmen sieht man beispielsweise hier. Zitat HateAid bietet eine bedarfsgerechte Betroffenenberatung für Opfer von digitaler Gewalt an und führt eine Informationskampagne zu digitaler Gewalt durch. Die Betroffenenberatung wird vor allem der Wechselwirkung aus digitaler und analoger Bedrohung gerecht. Diese spezielle Bedrohungssituation wird sowohl psychosozial, kommunikativ als auch sicherheitstechnisch aufgearbeitet und Betroffene werden durch den gesamten Prozess begleitet. Der Fokus liegt vor allem auf Betroffenen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, hier insbesondere Rassismus, Antisemitismus, Mysogonie und Diskriminierung aufgrund von LGBTQ-Merkmalen. Die Beratungsleistungen werden niedrigschwellig über E-Mail, Telefons, Social-Media-Plattformen, das Kontaktmeldeformular und eine Chatbetreuung erbracht. HateAid führt zusätzlich eine professionelle Informationskampagne mit redaktionellen Inhalten rund um das Thema digitale Gewalt durch. Das Projekt läuft von Januar 2020 bis Ende 2022 und hat ein Fördervermögen von 1.033.786 Euro. Der Verein Kampakt gründete 2018 HateAid als gemeinnützige GmbH. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro stammte ausschließlich von Kampakt. Zudem ist Kampakt mit einer Beteiligung von 50% Hauptgesellschafter von HateAid. Es spricht Bände über das Selbstverständnis des Familienministeriums, dass es dort als völlig unproblematisch angesehen wird, dass man eine Organisation bzw. deren Tochtergesellschaft mit Millionen Beiträgen fördert, die im Gegenzug eine Wahlempfehlung für die Partei der Ministerin ausspricht und diese auch noch mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt. Dazu schrieb Jens Berger in seinem verlinkten Artikel, Kampakt ist der größte Spender für die Grünen und die Linkspartei passend. Je mehr man sich die Geschäftszahlen von Kampakt anschaut, desto mehr entsteht der Eindruck, es mit einer Spendenwaschmaschine zu tun zu haben. Zitat Ende. Die Kampagnenorganisation Kampakt hat im Zuge der Landtagswahlen ja zu einer Zweitstimmenabgabe für die Grünen aufgerufen und auch einen sechsstelligen Betrag an die Partei gespendet. Gleichzeitig hat Kampakt über die Tochtergesellschaft HateAid im Verlauf der letzten Jahre rund zwei Millionen Euro erhalten. Da würde mich interessieren, Frage geht unter anderem ans Familienministerium, wie denn das Familienministerium und der Kanzler diesen Vorgang bewerten, dass einerseits eine Organisation oder deren Tochtergesellschaft mit Millionenbeträgen gefördert wird und diese dann gleichzeitig im Gegenzug entsprechende Wahlempfehlungen und auch Wahlspenden tätigen. Vielen Dank. Es ist richtig, dass HateAid im Rahmen des Programms Demokratie Leben gefördert wird. Und das ist das, was ich Ihnen gerade dazu sagen kann. Nachfrage? Ja, nochmal eine Verständensfrage. Das heißt, für das Familienministerium erscheint es nicht problematisch, dass man eine Organisation fördert, die gleichzeitig, beziehungsweise eine Tochtergesellschaft fördert, die gleichzeitig eine Wahlempfehlung für eine konkrete Partei ausspricht und diese auch noch mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt. Findet das Familienministerium unproblematisch, auch was gute Regierungsführung, Transparenz angeht? Ich kann Ihnen jetzt zu dem Einzelfall gerade im Detail nichts sagen. Ebenso sinnbildlich ist die Antwortverweigerung des Vizeregierungschefs auf die Nachfrage der Nachdenkseiten, siehe Video oben, wie der Kanzler dieses Agieren vom Grünen geführten Familienministerium und Kampakt zum gegenseitigen Nutzen bewertet. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und so Ihr Vielen Dank.